Ich habe dafür hier eine winzige Anwendung schon vorbereitet, beziehungsweise die macht eigentlich noch nichts. Wir haben hier einfach nur ein Button Design und dahinter soll jetzt dann hinterher der Designeraufruf sein. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, wir versuchen jetzt hier uns an eine SQL-Server-Datenbank zu binden mit List & Label und insofern brauche ich sowohl Zugriff auf den SQL-Server als auch auf List & Label. Und das ist das Erste, was ich jetzt hier machen werde. Ich gehe hier mal in die Nougat-Package-Verwaltung und sage Manage Nougat-Packages. Und hier seht ihr schon diverse Packages, die wir mitliefern. Hier ist übrigens auch zu sehen, das ist glaube ich heute tatsächlich die Weltpremiere, auch hier unser neues Logo. Wir haben uns in Version 29 jetzt getraut, mal das Logo auszutauschen nach fast 30 Versionen und haben jetzt hier mein neues Logo, also nicht verwirren lassen hier an dieser Stelle, ein L und ein L, das ist es geblieben. Wir haben die Farben getauscht und haben das Ganze ein bisschen in sich verdreht. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut. Gut, das sind unsere Packages hier. Wir haben da auch verschiedene Flavors. Das ist jetzt hier der Enterprise-Flavor, das haben wir in Version 28, glaube ich, unterversionär eingeführt. Das Besondere an diesen Enterprise-Packages ist, da sind sämtliche Unmanaged Dependencies mit drin enthalten. Also normalerweise habe ich ja in so einer Nougat-Package oder meistens zumindest nur Managed Assemblies. So ist es auch bei unseren, die jetzt nicht diesen Suffix Enterprise haben. Hier ist es jetzt aber so, dass sämtliche Dependencies da mitkommen und das hat den Vorteil, das entstand in unserem Forum, für das ich an dieser Stelle übrigens auch gerne nochmal Werbung machen möchte, forum.combit.net. Da sind wir jederzeit auch anzutreffen. In unserem Forum gibt es diesen Idea Place und da entspannt sich da eine Diskussion, wie man denn das Ganze auf dem Build-Server eigentlich ans Laufen bekommen kann. Und unsere Antwort waren dann diese Enterprise-Packages, weil die normalen Packages brauchen eine Liste Nebelinstallation auf dem System, was jetzt auf dem Azure DevOps-Server zum Beispiel ziemlich schlecht funktioniert. Und deswegen würde man dafür dann eben diese Enterprise-Packages nehmen. Hier gäbe es jetzt keine Notwendigkeit, das zu machen, aber ich wollte die natürlich zeigen, weil ich die so cool finde. Wir wollen uns an eine SQL-Datenbank verbinden. Das heißt, ich brauche den SQL-Connection-Data-Provider. Wir sehen, da sind jetzt einfach diverse Data-Provider zum Beispiel mit dabei. Das sind auch noch lange nicht alle, die wir haben. Die werde ich nachher mal noch kurz im Überblick zeigen. Aber dieser SQL-Connection-Data-Provider ist eben dafür da, mich an eine Microsoft-SQL-Datenbank zu binden. Wir sind hier unten auch. Der hat als Abhängigkeit auch Listen-Label 29 selber. Das heißt, wenn ich dieses eine Package reinlade, habe ich gleich beide Packages, das Haupt-Package mit der Haupt-Assembly. Die brauche ich auf jeden Fall, Design, Druck und so weiter. Und eben dieses Connection-Package hier, um mich an den SQL-Datenbank zu binden. Kleiner Spoiler hier an der Stelle auch. Wir sehen hier auch, es gibt hier schon .NET 8 und .NET 8 Dependencies. Das ist was, was wir jetzt mit Version 29 einführen werden. Unterstützung für .NET 8. Das ist die nächste LTS-Version des .NET Frameworks. Und die unterstützen wir selbstverständlich. Und wir unterstützen sie auch nativ. Das heißt, bei .NET 7 haben wir ein bisschen geschummelt. Weil die .NET 6-Assemblies haben eben unter .NET 7 wunderbar funktioniert. Deswegen waren das keine echten .NET 7-Assemblies, sondern man konnte sie eben einfach locker verwenden. Funktioniert das unter .NET 8 im Übrigen auch noch. Aber da es eben eine LTS-Version von Microsoft ist, haben wir dort auf jeden Fall jetzt dafür gesorgt, dass das mit dem aktuellsten SDK kompiliert ist. Das heißt, das sind eben echte .NET 8-Assemblies. Mein Beispiel hier ist jetzt aber .NET 6. Aber ist auch egal. Darum kümmert sich ja der Nuget Package Manager. Und ich klicke hier einfach auf Install und bestätige, dass ich hier diese Abhängigkeiten und auch die Lizenzbestimmungen haben möchte. Und habe jetzt eben diese Verbindung zu List & Label geschaffen. Und wir können uns jetzt da dran machen, hier hinter diesem Button, den man vorhin schon kurz gesehen hat, mal so ein bisschen Funktionalität zu packen. Und ich möchte eben hier, auf dem Button steht Design, den Designer aufrufen. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist jetzt hier mal so ein Exception-Händler drumherum bauen. Warum mache ich das? Nicht, weil bei uns immer was schief geht, sondern weil wir dafür sorgen, dass alle Arten von Rückgabe, die jetzt für die Anwendung interessant sein könnten, zentral als Exceptions geraced werden. Also zum Beispiel Benutzerabbruch oder eine Fehlkonfiguration. Oder halt doch mal, wenn was schief läuft, was weiß ich, zwei Leute drucken die gleiche Forscherdatei und der Pfad ist der gleiche, auf den gedruckt wird. Dann kriegt der eben einfach hier eine Sharing-Violation, also dass das File eben schon besetzt ist. Und all diese Sachen werden eben als Exceptions geliefert. Und das Schöne daran ist, ich kann die an einer zentralen Stelle dann abfangen und kann dort mein zentrales Fehlerhandling dahinter packen. Das macht das Ganze eigentlich sehr einfach und intuitiv. Gut. Und was ich machen möchte, ist eben erst mal unsere Hauptkomponente hier zu erzeugen. Das packe ich hier in so ein Using-Statement, sage ich gleich was zu. Und das ist diese List-Label-Komponente hier. Warum packe ich die in so ein Using-Statement? Wir haben eben auch Unmanaged Dependencies. Ich habe das vorhin bei den Enterprise-Packages gerade schon gesagt. Das heißt, diese Unmanaged-Ressourcen, die da auch benutzt werden, Fenster-Handle, Font-Handle, Drucker-DCs und so weiter, die wollen gerne im gleichen Thread wieder aufgeräumt werden. Und das ist ganz wichtig, wenn man eben hier sich keine Resource-Leaks einfangen will. Also man kann auch unter .NET Resource-Leaks produzieren mit Unmanaged-Ressourcen auf diese Weise. Und das ist natürlich nichts, was man haben möchte. Sie sind winzig klein, aber bei einer 24-7-Anwendung würde man es dann eben irgendwann mal merken. Deswegen dieses Using-Pattern verwenden. Dann wird eben im gleichen Thread und nicht vom Garbage-Collector des Toes aufgerufen auf diese Komponente. Und damit werden diese Ressourcen eben auch sauber aufgeräumt. Gut, und dann rufe ich jetzt hier eben unseren Designer auf und fange jetzt hier eben auch noch eventuell auftretende Exceptions. Wir leiten alle unsere Exceptions von List-Label-Exception ab. Ihr wisst sicher, man soll eben keine globalen Exception fangen, also nicht einfach Exception-EX. Deswegen haben wir eine gemeinsame Basisklasse. Und auf die Weise könnt ihr sicherstellen, dass ihr eben alles, das rund um Listen-Label jetzt hier schieflaufen kann, entsprechend auch abfangen könnt. Und jetzt für dieses Beispiel kann ich vielleicht einfach mal in der Message-Box hier diese Exception-Message anzeigen. Das kann man natürlich schicker gestalten, irgendein Log-File, irgendwas Zentrales oder sowas. Ihr könnt auch mit eigenen Loggern arbeiten. Wir unterstützen zum Beispiel auch solche Sachen wie Log4Net oder sowas. Wobei, da hat die ja gerade schlechte Presse gehabt, nicht das Log4Net, aber das Log4J. Okay, insofern, manchmal ist es auch besser, möglichst wenig Dependencies zu haben. Also kann man sich einfach aussuchen. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Message-Box. Kompiliere das mal. Wir schauen mal, was passiert. Es kompiliert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich starte die Anwendung mal und klicke mal auf den Button. Und was bekomme ich? Ich bekomme eine Message-Box. Das ist jetzt genau dieser Exception-Händler, den wir gerade gebaut haben. Und das sagt mir, okay, da fehlt noch was Wichtiges, nämlich die Datenquelle. Und das ist eben eine Besonderheit. Ihr wisst das bei Listen-Label. Es gibt eben im Designer selber nicht direkt diese Möglichkeit, zu sagen, jetzt noch hier eine Datenbank dazu und das noch dazu und das noch dazu. Sondern die Datenbasis für den Designer und auch für den Report wird aus der Anwendung heraus vorgegeben. Hat Riesenvorteile, wenn es um Rechte-Management geht, um Sicherheitsgeschichten, Sicherheitslücken, dass die User nicht über das Reporting sich Daten anschauen, die ihnen eigentlich gar nicht zustehen. Aber bedingt eben, dass ich jetzt hier eine Datenquelle anbinden muss. Und das will ich jetzt eben hier machen. Wir sprachen ja vorhin schon darüber, das wird jetzt eben so eine SQL-Datenquelle. Und da habe ich jetzt ein kleines Snippet vorbereitet. Hier SQL-Connection heißt das Snippet. Und ich führe da mal kurz durch. Das Erste, was ich mache, ist hier einen Connection-String-Builder zu instanzieren. Der bekommt jetzt einfach Informationen zum Server. Das ist jetzt hier diese Maschine, auf der ich unterwegs bin. Und der SQL-Express, die SQL-Express-Instanz an der Stelle. Dann den User SA mit dem sensationell spannenden Passwort DemoSQL1-Ausrufezeichen. Das würde man so natürlich nicht machen in der Produktionsanwendung. Also klar, da kann man mit Windows-Authentifizierung und Ähnlichem arbeiten. Tut ja jetzt auch gar nichts zur Sache. Das ist gar nicht unsere Klasse. Aber hier für die Demo haben wir eben den einfachsten Weg genommen. Und ich connecte mich hier auf die Northwind-Datenbank. Ich glaube, über die habe ich jetzt die letzten 15 Jahre schon immer gescherzt. Weil kein Mensch kann die eigentlich mehr sehen. Aber es gibt einfach von Microsoft keine greifbare, kleine, schöne Demo-Datenbank, mit der man mal eben solche Demos machen könnte, wie ich das heute hier mache. Es gab mal ein Projekt, das hieß NotNorthwind. Da hatten verschiedene Versuche, sich irgendwie zu einigen auf eine neue Demo-Datenbank. Aber ich glaube, das Projekt ist im Sand verlaufen. Da haben einige sich eigentlich dahinter gehängt. Auch der Scott Hanselmann von Microsoft zum Beispiel. Den kennt vielleicht der eine oder andere. Aber ich glaube, das Projekt ist im Sande verlaufen. Insofern heute NotNorthwind, also Northwind. Wir bauen eine Connection basierend auf diesem Connection-String, der jetzt hier zusammengebaut wird. Und erst ab hier geht es mit diesem Label wieder weiter. Das heißt, hier wird jetzt eben dieser SQL-Connection-Data-Provider instanziert. Der bekommt die Connection als Parameter in seinen Konstruktor. Und ich kann jetzt hier noch aussuchen, ob ich alles sehen möchte. Zum Beispiel also Tables und Views. Oder ob ich jetzt hier nur die Tables anzeigen möchte. Und ich entscheide mich jetzt hier einfach, damit es nachher noch übersichtlicher wird, dafür einfach nur die Tables an der Stelle anzuzeigen. Damit habe ich jetzt hier aber eigentlich auch schon alles geschraubt, was ich schrauben muss. Ich habe die Verbindung zu Listen-Label. Ich habe die Verbindung auf den SQL-Server. Das Letzte, was ich jetzt noch machen muss, ist Listen-Label diese Datenquelle auch zum Fraß vorzuwerfen. Das heißt, ich mache jetzt hier noch ein LL.Data-Source gleich Provider. Und das sollte es eigentlich dann gewesen sein. Wir starten das Ganze mal und schauen mal, ob wir es richtig gemacht haben. Ich klicke auf den Design-Button und ich bekomme jetzt den Pfeilauswahl-Dialog. Hier könnte ich jetzt, wenn ich schon Berichte vordesignt hätte, könnte ich mir einen aussuchen. Ich lege jetzt hier aber einen neuen an und finde mich dann hier in unserer Design-Oberfläche wieder. Ich lege jetzt hier in unserer Design-Oberfläche wieder.